Hier wird eine ca. 303 m² große Bürofläche zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Köln. Das Haus wurde 1991 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne den Mietpreis dieser Immobilie mit. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020